Sie könnten diese Patienten überzeugen, Botero zu wählen? Wie machen Sie das? Na ja, im Guten. Bin ein Genie, zu viele Ideen. Und wenn wir eines adoptieren würden? Was? Los! Guten Morgen. Ich rufe an im Auftrag von Minister Botero. Haben Sie Interesse, unsere Politik kennenzulernen? Hätten Sie vielleicht dran... Geht das Doran zu? Unterschreib hier. Und hol dir das Geld direkt bei der Kasse des Ministeriums im vierten Stock. Arbeit ich für das Ministerium? Nein, du arbeitest für Botero, aber das Ministerium bezahlt. Bravo! Er hat sich das Doritulum geben lassen! Hau ab, verschwinde! Ich will es nicht mehr sehen, dieses schwule Gesicht! Hau ab! Gefalle ich dir? Körperlich, ja. Und auch insgesamt. Ja, ich bin schuldig. In der Tat! Weißt du, wie viel mich diese Wahlkampagne kostet? Sie kostet mich drei Milliarden. Hast du das gehört, mein Freund? Die Wahlkampagne kostet mich drei Milliarden. Und du spielst hier den Helden. Ja, sie machen es wieder genauso wie das letzte Mal. Ja, ja. Nur sind sie diesmal viel raffinierter. Sie benutzen den Computer. Ich habe nicht vergessen, wer du bist. Ich habe dir eine Falle gestellt. Eine Falle, eine Falle! Eine Falle! Eine Falle! Untertitelung des ZDF, 2020